Hallihallo! Herzlich Willkommen zu einem wunderschönen neuen Volker. Ich brauche gerade eine schwule Freundschaftenstühle. Äh, gut, du bist bei der Arbeit. So, ich suche nämlich gerade die Stoffelei. Ach da. Und zwar... Boah. Ich mach den nicht. Ja. So. So, warte. Hm. Gut, sie ist eingeschlafen. Mach mal keine Nikaschen. Auf geht's. Es ist so großartig. Ja. Ich bin selbstsicher aus Gemälde, einfach mal so, so, wie geht's dem? Gut, da geht's natürlich nicht so gut. Natürlich ist alles ganz schrecklich. Ich muss schnell richtig duschen, ja. Was macht sie da? Im Internet surfen, ja gut. Was, was steht da? Gourmet-Gourmet-Gourmet-Gourmet. Wie geht's dem? Wüten? Ach so, schlechter Moderator. Boah, ein Sandsack verwenden. Lass mal ein bisschen Dampf aus. So, da geht's eben noch schon ein bisschen besser. Dusche dich jetzt ein bisschen runter. Oh, ja. Äh, ja. Ähm. Ja, das musst du jetzt noch machen. Machen wir deine Hausaufgaben noch. Zusatzaufgaben auf jeden Fall. Ding geht meiner auf den Keks hier. Wirklich. Wirklich. Und Zusatzaufgaben. Perfekt. Jetzt schlafen sie alle? Äh, Kanal schauen, Comedy. Nee. Das ist ganz okay, okay, ganz okay. Das ist natürlich. Kann man sagen, natürlich, naja, gell? Kann man sein. Wenn ich jetzt wirklich nie schieben, ist das, was ich da deposit. Aber die Schilder hat mich nicht, weil die Schilder hat mich nicht beschrieben. Gut. Wie sieht es mit dir aus? Du könntest dich eigentlich noch mal in den Rechner setzen. So, das war's schon. Ja, super. So. Fühlt sich natürlich richtig gut. Höhere Level. Selbstsichere Arbeit ansehen. Ansehen. An einen Sonderverkauf. So, der Psyche hat uns gemeldet. Das schafft wohl noch. Du musst auf Arbeit. In zwei Tagen. So, das Feld gefällt dir. Jemanden ein Kondiment machen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, schön. Dichte Mächte. Ich kann ja noch eine Schippe drauflegen. Duschen. Und dann duschen mal. Das ist schon mal gut. Gut. Sehr perfekt. Ähm. Rufliche Arbeit fortsetzen. Ja, ich kann ja noch mal. Oh, okay. 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 Die Slaughter solamente nicht stören. Südrich Ansehen Ähm Sammler verkaufen Oh ja Oh ja Nochmal 1000 Kondomne Boxen Ja da fühlt sich auch langsam unwohl 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 Ja da fühlt sich auch сеigern Lochen Ja da fühlt sich auch Ja da fühlt sich auch So. So. da war noch mitten in der nacht wach spiel spielen reichen spiel betonfähigkeit level 2 das könnte nämlich noch gar nicht wird natürlich mitten in der nacht ist immer gut aber deine zusatz haben auch höheren kreativität guck mal ich kann nicht weit raus gucken obersten hier wir wurden direkt neben dem spielplatz ist richtig gut schon wieder müde weil sie ganze nacht wieder durchgemacht singen unter der dusche mehr auswahl romantik umarmen ich nehme ich auch super inspiriert für schreiben ich muss auch inspiriert werden zum schreiben was macht sie hier hier gar keine stereo anlage genau haben wir das erstmal geschafft und verwenden wir das hier ist jetzt nochmal schnell was bevor du auf arbeit gehst noch mal wie ein champion schimpft verwendet die arbeitsleistung klassiker studieren immer gut ansehen 3.000 das ist richtig viel und machen schweres gewicht heben und richtig gut ja ich tue gut schläft aber auch hier wirklich den ganzen tag schläftig schläftig auch hier wird sich immer wieder hin So, einfach mal ein bisschen über Reffen reden, Geschwindigkeit reden, Auswahl, freundlich, Oh. Oh. Das war's. Das war's. doch schön was machst du hier steht die ganze zeit rum ein instrument spielen wir hatten ja mal eins instrument instrument kommt man auch schnell noch ein instrument akustik gitarre blim blim gut damit stangen macht das erste mal schon mal für diese folge ich bin nämlich für zuschauen wie gesagt das leben eine seite der familie die familie ja das ist aber auch richtig gut ich bedanke mich für zuschauen und ich sage tschüss und auf wiedersehen bei bei Dead 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 Vielen Dank.